Willkommen und willkommen zurück liebe Freunde zu einer weiteren Folge von Serious Sam The Second Encounter der HD-Edition Mitarbeiter King's Play hier. Wir sind völlig am durchstarten. Ja, am killen halt, ne? Natürlich. Weg damit. Warum? Wo bist du? Ich bin gerade auf dir. Ich habe gerade auf dir gestanden. Du hast mich mitgenommen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich bewegt werde. Ja, ich bin ja netter. Nett. Ganz nett. Oh, Backe. Kass ihn. So, na, Pan. Mal ein bisschen den Flammenwerfer testen. Da haben wir ihn. Schön warm. Ach. Bin ich auch so. So, hier gibt es bestimmt irgendwo Secrets. Oh. Hier, Sniper. Einfach ins Gesicht geschossen. Guck mal, hier geht es da rum. Mhm. Achso, wir müssen dann, glaube ich, sowieso hoch. Äh. Ob es hier runter geht? Willst du mal testen? Moment, ich komm, ja, ich komm erst mal ein bisschen was einsammeln. Ja, da geht es ja lang. Runter, äh. Achso. Das mache ich nur einmal. Das ist was grünes irgendwo. Von oben sollte man es besser sehen. Theoridisch. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist es. Na. Los. Aua. Erst mal weg hiermit. So, wo ist er denn hier jetzt? Da hinten. Da hinten ist er, ja. Das ist so work. So, weg damit. So läuft das hier mit uns. Secrets suchen. Irgendwo hier muss ich dann schon was geben. Kann man den Baum kaputt machen. Na, Moni. Nix Geheimes. Tja. Guck mal die Brücke zur Siebel? Nö. Jajaja, geh weg. Geh weg. So. Schrotze. Da hab ich nur eine riesige Blutspur gezogen. Warte mal. Rüber. Alter. Na, das sieht ja aus wie... Das ist keine Blutspur, das ist... Oh Gott, oh Gott. So. Noch weiter runter. Könnt man noch auf, genau, von morgen weiter gehen, oder? Ich geh mal. Probieren hab ich glaube. Ah, ne. Ne, ne. Man knallt runter. Raketenranger. Bereit zum irgendwas stand da grad. Aber die haben wir eh schon gehabt, den Raketenranger. Gleich am Anfang. Ja. Unsere Top Secret Waffe. Oh ne. Hm. Ja, sehr schön. Wenigstens macht er gleich alle Bäume kaputt. So. Pass auf, dass er dich nicht in den Abgrund stürzt. Der brengt bestimmt gleich ab. Ja. Na, hab ich doch hoffen. Mal Perino. Ne. So. Die armen Bäume gern. Also, wer von der Greenpeace ist... Tja. Tut mir leid. So, die messe ich. Ah, da oben. Aua. Weg damit. Weg damit. Alles weg damit. Ah. Mehr Magma Golems. Was? Rotz rauf, als du hast. Ja. Find der genug. Seh nix mehr. Ah, warte. Oh. Aber, ein shot. Wo auch immer. Harpien. Ja, warte. Schon weggepratzt. Ich rötte die. Zack. Mach mal. So. Ach du bin schon rüber. Warte. Guck mal, gibt's da unten die Feag gigantic was? Ja, ein Vieh ist hier unten. Oh mein Gott! Oh, du bist schon rüber. Genau das, das Vieh meinte ich. So, ich guck mal hier, oh, hau ab du. Es sind irgendwo noch ein paar mehr Monster. Na, ich hab schon alles weggebratzt, aber ne, ich würde behaupten, ne, hier unten. Nix nicht da, was da ist? Ne, also das geht nur so tief, es wird nur dunkler, nichts. In den hier. Nix sagst du, na gut, dann hat nix. Wo bist du schon weiter? Drinnen? Ne. Ne. Dunkel, dunkel, ja, ach, gibts mir, gibts mir heißes. So. Hm, Secrets, ne. No Secrets, aber dafür das Levelende. Alenka haben wir geschafft, 5 von 14 Secrets haben wir geschafft. Okay. In jedem Baum war noch ein Secret gewesen. Was ein Scheiß. Ja, so ist das halt. 155, 175 Gegner ausgeschaltet. Ja, so ist das. Auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Ja. Jetzt jagen wir so vom Hof. Hm. Sniper, glaub ich. Sniper Einsatz. Jupp. Oh, jetzt ist das zu mal. Oh, je. Das wird ja. Ja, ja. Ja? Knapp werden, aber das kriegen wir schon hin. Ach. Und während sie, während sie noch mit unserem Skill hier. Ja, jetzt kommen gleich Monster auch noch. So. Ready? Ready. Da kommen sie nämlich schon wieder. Oh, oh. Nee, das ist zu kurz. Gefahr von oben. Naja, ich will erstmal die Gen erkennen, sonst lenken die sich ab. Also sind schon wieder tot. Tja. Guck mal, da hinten ist ein Secret. Siehst du das? Da hinten? Na dann. Dort. Ich will mit Scharfschützen nicht haben. Oh mein Gott. Ah, ich hab's geschafft. Ja? Ich habe die geheime Munition... Naja, ist doch nicht so geheim gewesen. Sagen sie, wie kommen wir hier wieder zurück? Hier hoch und dann auf den rauf springen. Ich glaube, das ist auch das Ziel, weil vom normalen Springen hat das nicht geklappt. Muss man nur gucken, dass der andere passt. Nein! Doch. Puh. Na? Na? Hallo? Ja, na, aber klar. Jetzt hat er es. Hallo, das finde ich einfach. Hey, was ist denn hier los? So wachst du morgen auf, so stehst du aus dem Bett auf. Was willst du denn? Easy. Läuft. What the fuck? Sag mal. Achso, ich dachte, du knallst mich hier schon wieder völlig sinnfrei ab. Ne, ich bin's nicht diesmal. Irgendwie anders ist es. Hier oben die Figur selbst. Na gut, da kann ich nichts gegen tun. Wo bist du? Hm, ich lass mich noch beballern. Ich stehe da total drauf. Okay. So. Ja, wieder ab. Irgendwo hier haben wir bestimmt Secrets. Wenn wir danach suchen. Äh, an meiner Ecke definitiv nicht. Nein, meiner auch nicht. Oh Gott. Wo ist der Grüne? Da hinten. Ganz dort hinten. Kaboom. Es hat dich getroffen, er ist schon tot. So. Huch. So. Bist du schon weiter? Ja. Schon anhüpfen, wobei man könnte noch. Na da rüber, da wäre ja bloß ja Munition. Also wir haben ja voll, wir könnten eigentlich gleich weiter hier, wa? Was meinst? Das ist aber ne gerne Wasserrutsche. Ne, wir können ja eh nicht, hier ist Innenschalter. Müssen wir eh nur betätigen. Achso. Weiter zu kommen. Das ist ne coole Wasserrutsche. Alex, kommen wir dahin noch? Ich würd grad sagen, genau der reicht nicht. Ne, ne. Ne, am Anfang wieder. Da unten ist auch kein Secret, das kann ich gleich sagen. Wo ist er denn hier? Ach. What? Bist du schlecht. Dein Todes-Counter steigt und steigt. Alter, jetzt kickst du mich auch noch rin. Nein. Du Pussy, du. Ah, wat? So. Oh. 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 Wo ist denn der Typ schon wieder? Da hinten ist er. Ganz hinten ist er. Meiner. Schon zu spät. Oh, puh, du Geschmackwelle. Njuu, das sind Harpie und ich seh sie. Vielleicht kann sie schießen sehen. Meins. Warum musst du mit einer Schrotflinte ballern? Hast du keine Munition mehr? Schrote? Scharfschützengewehr ist das. Das hat mir das Schrotflinte geballert. Äh, ich habe Scharfschützengewehr in der Hand. Die ganze Zeit. Sonst hätte ich die Harpie nicht so schnell weggeschossen mit Wundelt. Ach, lüg doch nicht. Ne, erzähl mir keine Scheiße hier. Da unten habe ich ein Ziel gut gefunden. So, shit. Geschafft. Aber ich weiß nicht, wie ich da langlaufen muss. Okay, ich warte einfach mal. Ne, wenn wir bei dir sind, dann kriegen wir das Secret nicht mehr. Mh, ich guck mal gerade wo. Siehst du das? Ja, ich guck mal in deine Richtung. Da hinten. Äh, wenn ich das hier betätige, geht's noch weiter, denk ich mal stark. Ach so, da geht's noch weiter. Weil hier ist wieder was zum drücken. Moment, hoch. Njuu, ja, das reicht. Ich dachte, das wäre schon das Ende gewesen. Nee. So, dann kommt da ran der Sack hier. Aber da oben ist's. Uh, Alter jetzt, boah. Wir können durchaus runter ein Stück. Wir auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geht das hoch. Wut, 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 wut. Oh, gib mir die Munition, ich soll die Munition. Ja, scheiße. Hab's ja auch nicht bekommen. Na ja, müssen wir noch mal sterben. Ach, lass mal. Wir kommen sowieso hier an, glaub ich. So, das Nächste. Ein Granatwerfer. Correct. Leben. Volle Moni. Genau, Volle Moni. Granatwerfer ist öde. Wir stellen uns ja viel zu schnell. Lagenweilig. Noob. Noob, noob. Ja, erinnerst du dich daran. Medium, ach da oben. Hier, hier, Sekret, da oben. Hier. Unverwundbar nur. Ja, aber. Irgendwo geht es da sicherlich lang. Ja. Aber ich komme da nicht hin. Man muss ja auch viel von oben, glaube ich, runterkommen, oder? Ich sehe von oben. Ich komme mal mit dem Sniper. Da selbst ist kein Gang. Na gut, das wäre ja nur ein Unverwundbar-Ding. Ja. Trotzdem ein Secret, ne? Ja. Alles egal. Spawn schon alles. Ja. Spawn schon. Oh, oh Gott. Das hört sich echt an, wie eine Schrorenflinte, was du da hast. Ne, ohne Scheiße. Ich habe wirklich die Sniper hier in der Hand. Ja, ich glaube es ja. Ich sehe es ja auch nicht. Warum? Das ist das ein Lava-Ding. Weg, 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 weg. Bam. Nö, Null. Ein Dämon war das gewesen. Das ist eigentlich das Beste gegen diese verkackten Hunde hier. Und die Büffel. Und die Büffel. A la. Mit dem Verkehr. Ich habe mich heute mal rumgenommen. Endlich Bacon. Weg damit. Brutell. Ja, Brutell. Lecker Essen. So. Die Viecher gehen aber auch ab. Oh, Stunden später. Die hören nicht auf. Ja, aber da kommen noch ein paar mehr. Mh, lauer noch. Aber die Büffeln kannst du von Weitem auch eins reinziehen, wenn das hilft nicht. Hm. Oh, es hängt bei mir. Oh, nicht mehr. Du hängst. Klar. Ganz gewaltig. Na, alles clean. Nein. Der Dämon. Mit dem Kill klaut das nach Harpie in die Ball. Ich klaue nicht. Ich verhilfe dir. Sonst wird es ja sterben. Biffel. Yeah. Aber von Weitem ist es immer herrlich. Harpie, du auch gleich hoch. Ah, daneben nur, nur. Ich habe ihn getroffen. B. S. Meiner. Meins. Ich war erst der. Was? Gar nicht. Jupp, doch. Das war eben, äh, guck's dir an. Dein Schuss kam, dein Schuss kam wesentlich später als meiner. Oh, bam, bam. So. Dummschwätzer, du. Na? Naja. Ich habe noch zwei Schuss auf meinem Sniper. Na gut, komm mal her, ja? Machen wir. Wir müssen euch wieder eine kurze Pause machen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr geh weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Serious Sam The Second Encounter. HD Edition. Bis dann, Leute. Bye, bye. Tschüss.